Die neue Tätigkeit der Forschung und Entwicklung, die viele Wissenschaftler beschäftigt, stammt ihre Arbeitsethik eher von der Industrie als von der akademischen Wissenschaft. Gerade in diesem Grenzland zwischen Wissenschaft und dieser Art von Technologie finden wir einige besonders pathologische Erscheinungen. Die Tage, da geht gar nichts, aber auch gar nichts. Ich weiß auch nicht, was wieder mit mir los ist. Bezeichnet man als lavierte Depression, die kann sich auch als fresslos äußern. Man wird zu Sonntag so deprimiert, dass er wie angewürzelt auf seinem Sesselsitz zugefliegen ist. Ich habe Zeit. Machen Sie doch mal? Na, nur zufst du denn? Wohl auf der etwas? Ich versuch's mal wieder. Man steppt zu viel rum, Funde, Sorgen. Empfehle unser gutes Anorex. Besten Dank. Ich bin schon so nervös genug. Was denn? Sagen Sie bloß, unser nicht stimulierender Appetitsügel, der stimuliert Sie. Dosisfrage, Herr Kollege. Alles eine Dosisfrage. Eine Tablette spüren Sie nicht, zwei Tabletten spüren Sie schon. Deswegen wird's ja gekauft. In dem Auftrieb. Ja, ja. Brummis und grüne Witwen. Anorex macht sich schlank und liebestoll. Mahlzeit, die Herren. Mahlzeit. Ja, Herr Straum. Na, hast du Essen wieder verschlafen? Na, hören Sie mal. Morgen ist 1074er Besprechung. Die ganze Chemie muss präsentiert werden. Da rotiert man schon. Sie kommen doch auch. Ja, hab auch die Ehre, jawohl. 1074. Das ist doch das Antidepressivum, ne? Ja, Antidepressivum. Haben Sie noch gemacht, Herr Straum, oder? Das ist aus unserem Labor, das stimmt ja. Die spitzen Substanz. In seiner Zeit, als das zur ersten Prüfung kam, da waren Sie ganz aus dem Häuschen, die Herren Pharmakologen. Na, 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 na. Aus dem Häuschen ist man auch wieder nicht. Nein, das kennen wir schon. Erst die großen Töne, später die Rücksiege. Durchaus nicht. Ist immer noch recht ordentlich, Ihre Substanz. Wieso denn immer noch? Ist es schlechter geworden? Substanz? Echter, schlechter, was heißt denn das? Man muss immer ein paar Abstriche machen. Therapeutische Breite könnte besser sein. Weniger Nebenwirkungen. Aber trotzdem. Immer noch besser als das meiste, was auf dem Markt ist. Schön wär's. Mal was Neues in der Firma. Also wissen Sie, Sie mit Ihrer Miesmacherei... Ach, Herr Straum, machen wir uns noch nichts vor. Wir erfinden hier kein Penicillin. Und Leben tun wir trotzdem. Die Märkte sind groß genug. 100 Millionen, 200 Millionen. Da braucht man nur ein Händchen drin zu haben. Oder ein Füßchen. Schon 5% wären im Traum. Bei Neuburg an der Donau hatte Descartes in der Nacht des 10. November 1619 einen lebhaften Traum, worin er einen Weg sah, Mathematik und Philosophie zu einer neuen Disziplin zu vereinigen. Goodyear arbeitete jahrelang an einem Verfahren, Gummi zu vulkanisieren. Der Erfolg kam, als er von einem Mann träumte, der ihm riet, Schwefel hinzuzusetzen. Nobelpreisträger Trent Georgi antwortete auf die Frage, wo seine Forschungsideen entständen, in meinem Bett. Hier, die Rattel für heute. In jedem Kasten ein oder zwei, tot. Das macht das Klima. Dieser Stamm ist anfällig, gleich wegschmeißen. Wie weit sind Sie eigentlich mit Ihren Elektroschmerzplätzen? Das klappt jetzt gut. Heute kommen die ersten zehn Substanzen dran. Dieser Kurzschluss, den die durch ihren Urin gemacht haben, das passiert jetzt nicht mehr. Soll ich 1074 an der Anordnung auch nochmal prüfen? Na sicher. Ist das eigentlich was Originelles? Ich meine, 1074 ist, ist das ein neuer Stoff? Sicher. Im strengen Sinn ist der neu. Den gab's noch nicht, den Stoff. So wie es dieser Ratte noch nicht gab. Wie? Wie eine Ratte? Oder besser eine bestimmte Promenadenmischung beim Hund. Natürlich richten die sich dann nach, was die anderen machen. Das ist das Normale. Man nimmt einen Stoff und modifiziert ein bisschen. Da einen neuen Schwanz, hier ein anderes Fleckenmuster, da eine neue Ohrform. Ach so. Ach so, dann weiß man schon vorher, wie das so ungefähr wirkt. So ungefähr, ja. Aber Überraschungen sind immer möglich. Damals wollten wir die reine Wissenschaft. Tage und Nächte im Labor. Forscher, die vollkommen aufgingen in ihrem Gegenstand. Versenkung in einen einzigen Gegenstand. Eine Unordnung des Körpers bis an die Wurzel verfolgen. Sondieren. Faser um Faser. Im grau-blauen Licht sehr vorher stunden. Durch Glas hindurch. Blickwechsel mit Assistentin. Weit offene Augen. Siehst du es auch? Siehst du, was das bedeutet? Na, ging's mit dem Umkristallisieren? Ja, schließlich ging's. Aus was? Was zu tun, was zu tun. Die Substanz ist jetzt rein. Was ist rein? Prima. Aus gezeigt. So ist's recht. Sparen Sie nicht mit Lob. Das motiviert Ihre Mitarbeiter. Was? Auch nichts weiter. Herr Unschrauben. Was denn? Wie weit sind die eigentlich mit dem 1074? Wann kommt das in die Klinik? Ha. Klinik. Keine Rede davon. Was machen die erstmal chronische Tox? Drei Monate Verabreichung an zwei Spezies und dann... Na, die nehmen sich ja Zeit. Ist doch schon drei Jahre her. Konkurrenz gibt's keine, da kann man ja trödeln. Ach, wissen Sie, das ist ein leidiges Kapitel. Der wird aber auch richtig liegen. Das heißt doch immer, Tränkeleiser braucht man. Da wird das große Geld verdient. Na ja, also, das große Geld. Der Bedarf ändert sich wohl. Heute sind die Leute eher deprimiert. Jetzt geht das wieder. Jetzt kann man das wieder verkaufen. Wie testet man das eigentlich? Was? Na, seit Antidepressivum. Wie testet man das? Ratten. Tetrabenazin-Ptosis. Tetrabenazin? Man spritzt Tetrabenazin, ja. Dann können die ihre Nickhaut nicht mehr oben halten. Die fällt dem dann immer so halb übers Auge. Ja, das kenne ich ja. Und durch ein Antidepressivum wird das aufgehoben. So. Und was hat das mit einer Depression zu tun? Nichts. Irgendeinen Zusammenhang, den wir nicht kennen. Psychische Vorgänge bei Tieren. Messen Sie das mal. Das sieht man doch nicht. Das sieht man ja kaum bei Menschen. Man muss was haben, was messbar ist. Das ist reine Empirie. Hat irgendeiner mal beobachtet, dass das mit der antidepressiven Wirkung zusammengeht? Und das ist dann die Basis für den Test der Menschen? So ist es, Frau Ode, so ist es. Jede spezialisierte Beschäftigung brachte nun, eben durch die Spezialisierung, ihre typisch berufsbedingten Körperfehler hervor. Schiefe Haltung, überentwickelte Muskeln, bleiche Hautfarbe, Kurzsichtigkeit, Herzerweiterung oder Staublunge mit den dazugehörigen Krankheiten und bleibenden Deformierungen. So, so, sag ich. Dann denken also alle, dieser Gestank kommt von der Fischfabrik. Clever, clever, sag ich. Nicht schlecht. Was machen Sie mit der ganzen Salzsäure, sag ich? Das müssen doch zig Tonnen Salzsäure sein, die dabei abfallen. Da sagt der, die Salzsäure, no problem. Die schicken wir ohne Schiff den Rhein runter. Das ist gut. Ohne Schiff den Rhein runter. Lieber Mann, wenn uns hier einer hören könnte. Morgen, meine Herren. Morgen, Dr. Volkjörg. Alles gute Dinge. Sie entschuldigen die Verspätung, da kam eine dringende Anfrage aus London. Interesse an unserem Anabolikum. Das macht er doch immer so. Immer zehn Minuten zu spät. Immer gerade von der Front. Also, meine Herren, mal gleich im Medias Res 1074. Antidepressivum, die Spitzensubstanz. Wie stehen wir damit, Dr. Hohler? Tja, wir haben inzwischen... Na, der Erfolg des Levotriptin ist ja fantastisch. Fragen mich natürlich die Herren vom Markt. Wie steht es denn? Fragen nämlich, wann kommt es denn nun, unser tolles Mittel? Herr Hohler? Wir müssen natürlich sorgfältig prüfen. Inzwischen sind wir so weit, dass die Hauptwirkung abgesichert ist. Und jetzt geht es durch die ganze Palette der Nebenwirkungen. Herzkreislauflung und Funktion, Antikatecholaminwirkung. Na ja, gut, gut, gewiss. Muss ja alles eingehen, wissenschaftlich. Ja, ja. Wir machen Ethical Drugs. Aber reden wir mal Tachlis, Herr Hohler. Wie stehen wir da? Ist das Zeug stärker als Levotriptin? Die Substanz ist viermal... Meine Marketingleute sagen mir, wir müssen da schon Vorteile zeigen, sonst setzt man sich nicht durch. Vor einem Jahr hieß es noch stärker als Amotriptin. Eine Substanz wie 1074, die sechsmal stärker ist als Amotriptin, die hätte man mit Kusshand genommen, mit Kusshand. Jetzt heißt es schon Levotriptin. Herr Stram, natürlich müssen wir uns am neuesten Stand ausrichten. Sehen Sie mal, die Herren vom Markt sagen mir immer wieder, stärker, besser, billiger. Solche Argumente brauchen wir für die Werbung. Und es haben ja keine Chance. Die Konkurrenz schläft nicht. Ja, eben, die Konkurrenz schläft nicht. Wir sind keine große Firma, Herr Dr. Volkert. Wir können nicht in einem Jahr nachholen, wozu die anderen fünf gebraucht haben. Ja, ja, nun, wenn wir das nicht schaffen, also... Man könnte auch was in Lizenz nehmen. In Lizenz? Ja, aber Herr Dr. Volkert, dann sollten Sie Ihre Forschung zu machen. Dann haben Sie Ihr Geld umsonst ausgegeben. Wenn Sie uns das Gebiet fünf Jahre bearbeiten lassen, und dann holen Sie sich am Ende doch eine Lizenz von außen... Ja, nur beruhigen Sie sich. Zurzeit denkt daran ja niemand. Forschung gehört zum Image. Im Übrigen, warum die Kontroverse? Die Substanz ist doch ausgezeichnet, oder nicht, Herr Dr. Hohler? Tja, gegen Levotriptin? Unsere Substanz ist stark. Sie ist viermal Amotriptin. Das war ja damals der Standard. Entschuldigen Sie, sagten Sie nicht seinerzeit, sie sei sechsmal stärker als Amotriptin? Sogar siebenmal, wenn ich recht erinnere. An bestimmten Tests war sie so stark, an anderen nicht. Solche Unterschiede sind ja noch in der Fehlerbreite. Also nageln Sie mich nicht fest, ob viermal oder dreimal Amotriptin. Was, was, jetzt schon dreimal? Also hören Sie mal, das sind doch Unterschiede. Ich meine, ob ich einem Praktiker sagen kann, wir sind siebenmal stärker oder dreimal. Ja, muss ich nun auch sagen, Herr Hohler. Werden wir denn immer schwächer? Sie als Naturwissenschaftler? Ich meine, exakt haben wir es denn nicht mit exakten Zahlen zu tun. Ist sie oder ist sie nicht? Versuche an Tiermaterial sind nie exakt. Das Tiermaterial... Nein, man ist ja auch nicht ein bisschen schwanger, ne? Das Tiermaterial ist ungleich in der Qualität. Oft Infektionen, dann das Wetter. Das Wetter macht sich bemerkbar. Wir haben ja immer noch keinen Aircondition. Verstehe vollkommen, Herr Hohler. Ihr Budget. Allerdings, Herr Dr. Volker, mit diesem Budget... Im Übrigen gibt die Klinik den Ausschlag. Die Kliniker betrachten das ja doch alles nur als Anhaltspunkt. Richtig, Herr Fiebig? Ja, je zwei Dosen an zehn Versuchspersonen, da sehe ich mehr als aus allen Tierversuchen. Also mit anderen Worten... Mit anderen Worten, wir sind wieder mal deutlich schwächer als die anderen. Ich wiederhole noch mal, die Klinik ist entscheidend. Wirkungsqualität, Faktoren wie Verträglichkeit. Halten Sie es für möglich, dass 1074 in der Klinik, also am Menschen, doch noch stärker wirkt als Lebotryptin? Stärker, stärker, das ist nicht unbedingt das Entscheidende. Naja, ich meine, da gibt es Fälle bei anderen Wirkstoffen, dass sie am Menschen stärker als am Tier... Gewiss, durchaus, aber es kommt vor. Nicht wahrscheinlich, aber es kommt vor. Also schön, meine Herren, warten wir ab, was Dr. Fiebig am Menschen findet. Geben wir die Hoffnung nicht auf. Es gibt Hinweise, dass das Bild der Wissenschaft als einer schmutzigen Arbeit auch unter jüngeren Schülern verbreitet ist. In einer Befragung von zwölf- bis dreizehnjährigen Kindern, wobei relativ unstrukturierte Diskussionen gewählt wurden und Wortwiederholungen als Anzeiger von Urteilen dienten, ging der am meisten wiederholte Tenor 18% gegen 10% für den nächsthäufigen folgendermaßen. Vielleicht erfinden Sie gute Sachen wie Arzneien oder was anderes, was mir nicht einfällt, aber auch andere Sachen, die nicht sehr gut sind, wie Wasserstoffbomben. Was ist denn, Franz? Was soll sein? Immer dasselbe. Bist du deprimiert? Na, oh. Der Fiet hat mich heute Morgen angerufen. Im Namen seines Chefs hat mich zur Sau gemacht. Und wieso? Wegen der Besprechung 1074 habe ich dir doch erzählt. Ich hätte alles positiver darstellen sollen. Da sitzt das Whole Establishment, der Volkert, Fiebig, der Teichmann, der uns sowieso immer gern eins ausmischt, und sie stellen sich hin und malen schwarz. Warst du wieder pessimistisch? Nun fang du auch noch an. Pessimistisch. Die wollen bloß, dass ich die schlechten Werte weglasse und aus den Guten das Mittel bilde. Das sind doch Ausreißer. Die verfälschen ihnen bloß die Statistik. Das ist doch unmöglich. So was hat doch mit Wissenschaft nichts zu tun. Ärgert dich doch nicht. Lass die doch meckern. Wissenschaft. Was wüsst du denn noch mit Wissenschaft? Du verdienst dein Geld und damit gut. Na scheiß Geld. Wenn von Geld geredet wird, gleich wird gelacht. Alles ist froh, das versteht jeder. Herrgott noch mal. Damals wollten wir die reine Wissenschaft. Tage und Nächte im Labor. Forscher, die vollkommen aufgingen in ihrem Gegenstand. Versenkung in einen einzigen Gegenstand. Ich habe was anderes machen wollen. Ich habe Medizin studiert, Pharmazie studiert und dachte, es ist interessant, eine interessante Wissenschaft. Und außerdem machst du was Nützliches. Ja und? Stimmt doch auch. Du machst was Nützliches. Ach, woher? Mein Gott, Franz, seh es doch nicht so negativ. Was habt ihr nicht schon alles gemacht, wo du beteiligt warst? Ein Asthmarmittel, ein Herzmittel. Und jetzt? Was, was gegen Depressionen? Das fünfte Asthmarmittel, das zehnte Herzmittel, das zwanzigste Antidepressivo. Wir machen alles, was die anderen auch machen, nur deshalb. Me too heißt sowas in dem Geschäft. Ich auch. Ich will auch kassieren. Dann wird es nicht mal richtig geprüft. Herr Hohler, wir prüfen das so weit, wie vom BGA verlangt. Weiter nicht. Wir sind hier nicht bei Max Planck. Wir müssen rechnen. Ja, ja, ja. Dünnbrettbohrer sind das. Und dafür soll ich gerade stehen. Das Lebenswerk des Dermatologen Unna war reinlich in jedem Sinne. So reichte die Skala seiner Vorhaben buchstäblich von der Sauberkeit der Begriffe in Nomenklaturfragen bis zur Sauberkeit der Hände durch die Entwicklung medizinischer Seifen. Herein. Ah, Herr Strahl. Kommen Sie rein. Störe ich. Aber woher denn? Kommen Sie, ich nehme die Kaffee wieder weg. So. Setzen Sie sich doch. Danke. Was kann ich für Sie tun? Kaffee gefällig? Ja, sehr gerne. Ich habe gerade welchen aufgesetzt. Sie sind gerade am Quartalsbericht. Ach, weiß Gott. Eine Bühlerei ist das jedes Mal. 120 Datenblätter. Und das alles für einen Bericht, den sowieso keiner liest. Keiner liest? Na dann, übertreiben Sie mal nicht. Keiner. Wenn die was wissen wollen, lassen Sie es sich mündlich vortragen. Nehmen Sie Zuckermilch? Ja, beides. So. Bitte sehr. Danke. Hoffentlich ist das stark genug. Donnerwetter, Herr Kollege. Massive Dosis. Sie wissen doch, wir sehen doch gern Wirkung. Was gibt's Neues in der Chemie? Haben Sie uns was Gutes synthetisiert? Das auch. Sie kriegen bald was Neues. Ah, da sind ein paar Rosinen dabei. Aber ich wollte was anderes mit Ihnen bereden. Ich höre. Sagen Sie, die Verbindung 1196, 97 und 1221, hat sich da was Neues ergeben? Oh ja, ja, die sind beachtlich. Alle drei wesentlich stärker. Aber vor allem gegen 1074 mindestens die doppelte Breite. Aha, das haben wir uns was gedacht. Na und, werden Sie das jetzt in Ihrem Bericht erwähnen? Na selbstverständlich, steht gleich vorne an. Warum? Wenn man Sie so hört, da könnte man fast denken, Sie hätten was dagegen. Tja. Passen Sie auf, Herr Hohler, unter uns. Mir wär's lieb, wenn Sie die Sache etwas runterspielen könnten. Wie bitte? Ja, ich meine etwas weniger Wind. Man weiß doch sowieso nicht, ob das bei einer vertieften Untersuchung alles so bleibt. Schauen Sie mal, es ist doch so. Wenn jetzt bekannt wird, dass wir noch bessere Verbindungen als 1074 haben, was für Folgen hat es? Nun, die Folge ist, 1074 wird auf Eis gelegt. Die neuen Verbindungen werden geprüft, bis sie reif für die Klinik sind. Wie jetzt 1074. Dann haben wir noch mal zwei oder drei Jahre verloren. Aber stramm, die Stoffe sind mindestens fünfmal besser als 1074. Ja gut, schön, aber in zwei, drei Jahren konkurrieren wir auch mit neuen Konkurrenzpräparaten. Die sind dann zehnmal besser. Und wir haben weitere drei Jahre verloren. Und nichts gewonnen. Mir will das nicht in den Kopf. Da haben wir nun so viel günstigere Substanzen und sollen sie zurückhalten. Ja, ich verstehe, dass Ihnen was gegen den Strich geht. Aber wissen Sie, irgendwann finden wir immer was Besseres. Das ist eine endlose Sache. Man setzt immer auf das neue Pferd, lässt das alte stehen. Und zum Ziel, also auf den Markt, kommt keines. Außerdem läuft das Patent ab. Ach, das Patent, da liegt der Hund begraben. Das heißt Bargeld, stimmt's? Na und, Sie sind auch mit drauf. Sie müssten auch ein Interesse haben. Aber dasselbe gilt für die Firma. Für die Firma ist es witzlos, ein Arzneimittel rauszubringen, das dann nur noch drei oder vier Jahre patentgeschützt ist. Aber sicher. Spatz in der Hand etc. Die besseren Sachen runterspielen ist im Interesse der Firma, leuchtet völlig ein. Aber Herr Kollege, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Herr Stramm, Sie brauchen nichts zu befürchten. Ihre Argumente, also schön, wir sehen, was wir tun können. Ach, gut. Dann sind wir uns einig. Naja, das ist schon ein seltsames Geschäft, in dem wir uns da tummeln. Dieses Aquarium von Ihnen, das wird ja auch immer farbenprächtiger. Forscher, die vollkommen aufgingen in ihrem Gegenstand. Wie ehrlich, wie Flemming. Ein vielsagender Blick hinüber. Sehen Sie auch, was das bedeutet? Sehr früh im Halbdunkel wachen. Noch immer Kopfschmerz. Eine Lösung fast auf den Lippen. Die Versuchsanordnung. Die Hände, die bedienen. Der Schreiber. Und ich. Was so aussieht, ist nicht so. Aber so genau wollen wir das doch gar nicht wissen, Herr Dr. Hohler. Nur keine komplizierten Wirkungen. Nur keine ausgefallenen Phänomene. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Die anderen kochen auch nur mit Wasser. Fühlen Sie sich wohl bei uns, Dr. Hohler. Bedienen Sie sich. Ihr Auto auf dem Firmenparkplatz wird Ihnen gewaschen. Wird zur Werkstatt, zum TÜV gefahren. Telefon frei. Sozialbeiträge, Versicherungen. Firmenrabatt. Viele Gefälligkeiten. Bankgeschäfte, Korrespondenz vom Büro aus erledigt. Zugedrückte Augen. Wir Lurteppich. Wir sind alle in einem Boot. Nur wenige wissen wirklich, was andere warten. Sie wissen, was ich meine. Wer rechtzeitig weiß, dass die Grippe kommt, sollte Pharmaaktien kaufen. Mahlzeit, Herr Hohler. Mahlzeit. Ja, also. Dieser Fleischbieß. Undefinierbar. Das war ein Bonnversuchstil. Herr Hohler, geben Sie es zu. Hören Sie doch auf. Sie essen sowieso bald woanders. Ach. Haben Sie schon gehört. Übrigens, am Freitag Nachmittag gibt es bei mir im Büro einen kleinen Umdruck. Zum Abschied. Sie sind auch eingeladen. Herzlich eingeladen. Aha. Ah, der Herr Aufsteiger. Mahlzeit, der Herr Hohler. Ich sehe schon. Der Flüster-Telegraf, der funktioniert immer noch hier. Immerhin, meine Herren. Meine letzte Handlung hier ist wohl auch für Sie von Interesse. Wir haben das 1074 zur Registrierung eingereicht. So? Ja, für Sie muss das auch Musik in den Ohren sein. Wissen Sie, nach so vielen Jahren. Na nun, immerhin springt da Geld raus für Sie. Das ist Potential. Wir hoffen doch spätestens in einem Jahr auf dem Markt zu sein. Fronterie, die Brücke zum Wohlbefinden. So, und Slogan haben Sie auch schon. Gratuliere. Ich habe schon nicht mehr dran geglaubt. Wie hoch wird denn das jetzt dosiert? 100 Megagramm in Kapseln. Was? 100 Milligramm? Wir waren doch bei 50. Und das schien Sie schon hoch. Tja, that's how it goes. Doch nicht so stark wie vermutet. Die Ärzte haben das verlangt. Rentiert sich das überhaupt noch? Haben Sie nicht damals gesagt, das sei gar nicht so leicht zu machen, Herr Strand? Ja, das geht jetzt besser. Wir haben einiges verbessert. Das Kilo kostet jetzt 300 Mark. 300 Mark? Hört sich wirklich billig an. 10.000 Kapseln sind da. Sind 300 Mark. Und in einer Packung sind 20 Kapseln. Das macht... Moment mal, Herr Anteil. So wird da nicht gerechnet. Erstmal gibt es da den Faktor. Mit dem wird erst einmal alles multipliziert. Zurzeit liegt der zwischen 6 und 8. Dann haben Sie den Grosso-Preis. Also 8 mal 300. Wieso denn? Na, hören Sie mal der ganze Overhead. Verwaltung, Management, Vertrieb. Nicht zuletzt die Forschung. Auch Ihr Gehalt. Aber wieso ist das ein Faktor? Wenn ein Wirkstoff teurer ist, dann wird doch deshalb ein Gehalt nicht höher. Das ist doch absurd. Nein, das ist Empirie. Die haben einfach irgendwann mal sämtliche Kosten durch die durchschnittlichen Wirkstoffpreise dividiert und haben das rausgekriegt. Und aber bleibt's. Oh Gott, das sind ja Rechnungen. Wie beim Teppichhändler. Einkaufspreis multipliziert mit der Zahl der Kinder. So verkehrt liegen Sie da gar nicht. Teppichhändler. Was eigentlich gefordert wird, das ist der Preis, den der Markt hergibt. Das heißt, was die Konkurrenz fordert, das fordern auch wir. Und da haben Sie schon mal gehört, dass ein neues Arzneimittel billiger war als die alten. Zilten, Herr Vietz. Zilten. Die Wissenschaft, sagte Descartes, sei wünschenswert, weil sie zur Erfindung einer unendlichen Zahl von Kunstgriffen führe, die uns ohne jede Mühe zum Genuss der Früchte der Erde und aller Annehmlichkeiten auf ihr verhelfen würden. Wenn jemals Mittel gefunden werden, meinte er weiter, um die Menschen weise und klüger zu machen, so müssen sie in der Medizin gesucht werden. Er war überzeugt, dass wir uns von zahllosen Krankheiten des Körpers wie des Geistes und vielleicht auch von der Schwäche des Alters befreien könnten, wüssten wir nur genug über ihre Ursachen und all die Heilmittel, welche die Natur uns bereitstellt. Das ist natürlich auch eine Methode. Immer wenn ein Projekt schief geht, zieht man eine alte Aktennotiz hervor und da steht, dass man schon immer dagegen war. Hat er recht. Dabei erinnere ich mich ganz genau, wie der noch vor einem Jahr getönt hat, Umsatzprognosen von 30 Millionen und der gleich. Sie entschuldigen meine Verspätung, aber wir haben gerade unser Anorex in Südafrika eingeführt. Da gab es etwas Trouble. Das kann man wohl sagen. Ja, so Sie haben davon gehört. Das lief doch bei mir über den Schreibtisch. Der Negerführer Billen Bele, oder wie der heißt, er verbreitet überall unser Anorex, sei ein Mittel zur Aushungerung der Neger. Absurd, nicht wahr? Mit solcher Kundschaft schlagen wir uns herum. Aber kommen wir zum Thema, Herr Fiebig. Ja. 1074, unser Ponteril. Wie ist der Stand der Dinge? 530 Patienten in 30 Krankenhäusern und etwa 1230 in freien Praxen. Außerdem noch eine Feldstudie mit ca. 1800 Probanden, die demnächst abgeschlossen wird. Sehr schön, Herr Fiebig. Aber das Resultat, wo liegen die Vorteile unseres Ponteril? Ich meine, es wird höchste Zeit... Vorteile? Keinerlei Vorteile. Ponteril ist nicht besser, in mancher Hinsicht sogar schlechter, als die Konkurrenz. Wie bitte? Doch, Herr Fiebig, Sie haben mir doch vor zwei, drei Monaten gesagt, die Substanz zeige außer der Hauptwirkung noch eine gewisse Dämpfung des zentralen Nervensystems. Es sei eine Doppelwirkung. Die Patienten seien dadurch besser steuerbar und so weiter. Besser steuerbar? Na ja, gut, das wird auch beobachtet. Gewiss, aber statistisch... Statistisch ist das alles nicht signifikant. Aber Herr Fiebig, Ihre Wissenschaft in Ehren, es geht doch darum... Für meinen Begriff dosieren Sie einfach zu hoch. Ah, eben, das meine ich auch. Sechsmal 100 Milligramm pro Tag? Das ist ja bereits im Bereich der Katalepsie, in dem Sie sich da befinden. Katalepsie? Sie meinen bei Ihren Ratten? Na, an Ratten, Katzen und Hunden, jawohl. Sie kennen meine Meinung. Ihre Tierversuche, für die Klinik ist das alles nicht relevant. Das sind Patienten, keine Gesunden. Das sind zum Teil schwere Alkoholiker. Die brauchen massive Dosen. Also, meine Herren, das ist ein Streit um des Kaisers Bart. Uns geht's doch jetzt um was anderes. Uns geht's doch nun um eine Marktkonzeption. Wir müssen eine Marktkonzeption erarbeiten. Irgendwelche Vorteile muss es doch geben. Also, kann man sagen, in irgendeiner Hinsicht verträglicher. Oder weniger Kopfschmerzen, sanfterer Wirkungseintritt. Oder länger anhaltend. Nein, genau genommen können wir das alles nicht sagen. Also, wissen Sie, Herr Fiebig, Sie können ja fast zum Wahnsinn treiben. Verstehen Sie denn nicht? Wir müssen Argumente haben. Wir können unseren Ärztebesuchern nicht sagen, geht rum und dreht dem Praktikern dieses Zeug an und erklärt denen, das ist auch nicht besser als alles andere. Also, chemisch gesehen müsste es sich einfach unterscheiden. Es ist zwar ein Drehzyklus wie die anderen auch, aber ein 6-8-6-System, das muss sich einfach auswirken. Sehen Sie, also, einen chemischen Unterschied hätten wir schon mal. Ja, aber Unterschied heißt nicht Vorteil. Ich kann Ihnen nichts anderes sagen. Ich gebe Ihnen gerne die Zahlen. Vielleicht können Sie ja etwas anderes herauslesen. Für die Werbung ist das ja nicht so wichtig. Sie wissen das besser als ich. Da muss nicht immer alles wissenschaftlich erwiesen sein. Aber dann kann Herr Teichmann oder einer seiner Marktmediziner auch selbst seine Argumente zusammensetzen. Das wird ja immer schöner. Jetzt sollen wir uns auch noch was aus den Fingern saugen, wo ich einen Infarkt kaum von einer Blinddarmreizung unterscheiden kann. Wozu haben wir eigentlich die Mediziner? Aber wenn das so ist, dann brauchen wir ja nicht weiter zu debattieren. Wir werden ja etwas ausarbeiten und es Ihnen vorlegen, Herr Dr. Fiebig. Sie müssen uns dann nur sagen, dass wenigstens nichts dagegen spricht. Das werden wir dann sehen. Tja, ich bin doch erstaunt, Herr Fiebig. Ziemlich unkooperativ, wie Sie sich da verhalten, das muss ich schon sagen. Naja, müssen wir sehen. Herr Teichmann, vielleicht kommen Sie gleich mal mit in mein Büro, vielleicht auch Herr Strang. Ja, natürlich. Sehen wir mal, wie wir den Gefühl vom Dach kriegen. Die Sitzung ist beendet, mein Herr. Ebenfalls in einer Doppelstudie wurde von Thibaut Piracetam bezüglich seiner Wirkung auf die intellektuelle Leistungsfähigkeit und das allgemeine Verhalten taubstummer Kinder untersucht, deren Intelligenzquotient um 100 lag. Von allen Kindern mit einem Intelligenzquotienten zwischen 80 und 100 wurde darüber hinaus auch eine Besserung von Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit und Stimmung sowie eine verringerte Ermüdbarkeit festgestellt. Während das Verhalten den Mitschülern gegenüber deutlich besser war, konnte eine gewisse Aggressivität gegen das Lehrpersonal beobachtet werden. Dieses Phänomen wurde als Bewusstwerden der eigenen Persönlichkeit interpretiert. Fiebig? Danke, Herr Fiebig, Hohler. Ah, ja. Ich muss Sie noch mal konsultieren wegen Testbroschüre 1074. Die muss ich ja nun schreiben. Ja. Ich hätte gerne die Nebenwirkungen etwas mehr aufgeschlüsselt. Zum Beispiel welche Art von Magenbeschwerden. Ja, na gut, können wir das auch gleich mal durchgehen. Warten Sie, ganz klar, Omnik, ich hole Ihnen mal die Hand. Omnik. Oh, hier haben wir es also. Sie haben sicher die Nase voll von diesem Projekt. Wieso? Na ja, wie Sie dann neulich auf die Hörner genommen worden sind. Ach, ist alles halb so wild. Die Herren müssen auch mal was Unangenehmes ertragen. Na, mutig fand ich's doch, wissen Sie. Ach, pappalapapp. Doch, doch, da gehört schon was dazu. Ich meine, so sicher sitzt ja keiner auf seinem Stuhl. Wieso? Haben Sie was gehört? Nein, 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 gar nicht. Ach, äh, viele Leute haben ja eine Riesenangst um ihren Job. Leute, die es gar nicht nötig hätten. Ich meine, wir sind ja alle halbe Beamte. Die Angst, ja, ja. Ja. Wie kommt das nur an? Na ja, ist eben so ein, so ein warmes Bett, ist gute Geld. Man hat teure Gewohnheiten. Und die Familie hat teure Gewohnheiten. Ja, ja, und all die kleinen Extras. Es ist ja gar nicht das Gehalt allein. Extras? Ja. Was meinen Sie? Na, denken Sie doch mal, die vielen anderen Vorteile. Was Sie alles verbilligt kriegen, Ihr Reifen, Elektrogeräte, Wein. Sie können Ihr Auto pflegen lassen, können frei telefonieren, Fotokopieren. Ja, 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 man weiß das immer. Subtile Abhängigkeiten sind das. Oder gar nicht so subtil. Man könnte die Wut kriegen. Die Bankabteilung erledigt alle laufenden Zahlungen, Verpflichtungen. Die Sekretärin, die schreibt auch mal was weniger Geschäftliches. Tja, aber was soll man tun? Soll man das alles von sich weisen? Also hoch ethisch? Nein, aber man müsste sich frei halten. Ich meine, innerlich frei. Einfach tun, was man für richtig hält. Alles sagen. Schön wär's. Hm, aber man ist unsichtbar angekettet. Es geht ja gar nicht um Mut oder Klarsicht oder sowas. Wir sehen schon alles durch die Brille. Ja, man muss das schon. Sonst müsste man seinen ganzen Jock in Frage stellen. Ja. Ja. Aber lassen wir mal das philosophieren. Also, dann fragen Sie mal, was wollen Sie denn jetzt wissen? Obgleich es die allgemeine Meinung ist, dass wir eine Nation von Pillenschluckern seien, sind historische oder vergleichende Studien, die das belegen könnten, kaum vorhanden. Ja, es gibt einige historische und soziologische Hinweise auf den Glauben, der vielleicht puritanische Herkunft ist, das Leiden adelt. Dass dieser Glaube noch lange nicht tot ist, spiegelt sich in der Popularität von Ivan Illich, der schrieb, Schmerzbeseitigung verwandelt uns in die fühllosen Beobachter unserer eigenen verrottenden Gesundheit. Hallo, Helga. Ich bin's. Ach du. Wieder neun Uhr. Muss es denn immer so spät sein? Besprech nur mal wieder. Sehe ich wieder sitzig. Ponte Ré, wie es jetzt heißt. Das ewige Thema. Ja, ja. Das ewige Thema. Du langweilst dich, aber hingehst du trotzdem. Weißt du was? Die ziehen das jetzt durch. Auf Biegen und Brechen. Da ist jetzt so viel Geld ausgegeben worden, heißt es. Wir können nicht mehr zurück. Ja, ja, ja. Na, wie riecht's denn hier wieder? Aha. Whisky. Kann schon sein. Was dagegen? Liebling, du sollst nicht so viel trinken. Oh, verdammte Scheiße. Ist Klaus noch wach? Der ist oben. Bastelt irgendwas. Komplizierter Kram, der alles kann. Schau's dir doch mal an. Ach, was für Zustände. Weißt du, was sie mit Fiebig gemacht haben? Fiebig? Das ist, das ist Mediziner, ne? Ja. Da hab ich dir doch erzählt, wie der Bock ich war vor einiger Zeit bei der Besprechung. Ja, und? Schmeißen sie ihn raus? Na, woher? Da kommst du nicht drauf. Mach's mal nicht so spannend. Hm? Nase abschneiden, oder? Hm? Nichts. Sie machen nichts, verstehst du? Er kriegt einfach nichts zu tun. Kein neues Arbeitsgebiet. Er sitzt in seinem Büro. Prüfung von Ponteril ist beendet. Alles ist übergeben. Abschlussbericht etc. So. Und nun sitzt er da. Dreht Däumchen. Die bezahlen den? Und geben ihm keine Arbeit? Ja, so ist es. Das ist komisch, ne? Das passt wie bei mir. Was? Ja, das ist nur so ein Einfall. Also ich fände das so schlimm nicht. Irgendein Hobby hat doch jeder. Kann doch das machen. Ne, 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 ne. So läuft das nicht. Das Gefühl, dass du überflüssig bist. Auf die Dauer gehst du dann kaputt. Inzwischen sind die ohne ihn ganz gut zurechtgekommen. Einer von den Marktmedizinern hat einen flotten Vorteilskatalog aufgestellt. Ponteril gibt Auftrieb ohne Kater. Ponteril, wenn dem Leben die Würze fehlt. Ponteril nimmt das Grau aus dem Leben. Das geht gut, ne? Wie ein Waschmittel. Meine Seele wird grau, wenn ich daran denke. Ja. Natürlich haben wir auch was davon. Wir kriegen Geld für das Patent. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld? Oh. Oh, du. Nach Peru oder nach Tasmanien? Oh, du, fahr mit mir nach Bombay. Und dann kaufst du mir einen riesengroßen perlenverzierten Reitelefanten. Mit seinem Abituraufsatz über das Thema Das Leben ein Traum hatte Paul Ehrlich seine Lehrer in Verlegenheit gebracht. In ihm reduzierte er Leben und Gehirntätigkeit auf Oxidationsvorgänge und Traum auf Phosphoreszenz des Gehirns. Mag gar keine Zeitung mehr aufschlagen. Früher war ich wenigstens freitagsmittags guter Laune. Jetzt nicht mal das. Freizeit! Die Jungen, die sind jetzt fast alle depressiv. Kann mit der Freizeit gar nichts anfangen? Schon wieder mal Winter. Was, Herr Stamm? Alles grau da draußen. Wie die Zeit vergeht. Und von meinem Fenster aus sieht man das nicht. Haben Sie auch das Werbematerial gekriegt? Werbematerial? Ja, für Ponte Ré. Das kam heute bei mir an. Bei mir nicht. Aber wieder beim Chef hängen geblieben. Manche ist ja doch der Sekretärin nicht für geeignet, für mich. Ich hab's mitgebracht. Die zeigst du Ihnen gleich. Wie lange ist das her? Acht Jahre, neun Jahre. Was? Dass Sie uns die Substanz gegeben haben. Zum Testen. Neun Jahre, fast genau. Ich erinnere mich, damals stand auch Weihnachten vor der Tür. Inzwischen? Da haben wir Stoffe, die sind zehnmal, zwanzigmal besser. In der Schublade. Na ja, ich weiß. Nicht mal ne Lizenz kann man sie vergeben. Dass ne andere Firma was draus macht. Der Volkert erklärt einem, dann machen die uns unser eigenes Präparat kaputt. Na ja, da ist schon was dran an dem Argument. Na hören Sie mal, ist doch völlig verrückt. Wenn das möglich wäre, dann hätten wir das auch selbst entwickeln können. Verrückt ist manches bei uns. Schauen Sie sich doch selber an. Wie oft sagen Sie mir, Sie haben einen Wirkstoff geprüft. Einen handelsüblichen Wirkstoff. Und finden keine Wirkung. Stimmt's nicht? Trotzdem wird verkauft. Na, jetzt zeige ich Ihnen mal. Hier. Broschüre Nummer eins. Tja. Prachtvoll. Mhm. Ponteril, die Brücke zum Wohlbefinden. Ein schönes Bild. Wohl die Rheinbrücke bei Köln, was? Rheinbrücke bei Nacht. Unter Sternen. Heimat, deine Sterne. Und das denn? Lassen Sie mal sehen. Oho. Tief, abstrakt und hochsymbolisch. Hellblauer Pfeil steigt aus dem Dunkel auf. Aus der Tiefe rufe ich zu dir. Raketen, Raketen. Das ist schon Kunst. Ponteril, das Hochgefühl. Da wacht direkt der Dichter in einem. Es geht weiter. Man schenkt uns die Romantik. Ganz feuchtgrau-grün. Ist das nicht zum Schmelzen? Rauchzartes Mädchen wartet durchs Taugras. Ja, macht Sie das nicht stolz und glücklich? Was haben Sie da aus Ihrem Glaskolben herausgekocht? Ja, wohl. Da ist nicht gespart worden. Zehntausend Rappen starben für diesen Tag der göttlichen Heiterkeit. Und alles Kunstdruck. Elastopappe mit Seidenstruktur. Glanzfolter mit Probestreifen und Musterkarte. Per Asperat Astra. Hat es sich nicht gelungen, Herr Kollege? Ponteril ist Glück am Stiel. Würde ich mir sofort kaufen, wenn ich es nicht selber gemacht hätte. Wissen Sie was? Wenn ich mir das so angucke, da kriege ich Lust, mir so eine Pille einzuwerfen. Wie wäre es, wenn wir die Probepackung mal vernaschen, Herr Kollege? Wollen wir uns in den Äther erheben? Nachschuk haben wir ja genug im Labor. Irgendwann muss man es ja wagen. Also, Daumen drauf auf die moderne Durchbrückpackung. Gib es mal her. Ach was. Mal gleich zwei. Irgendwann müssen wir ja mal ausbaden, was wir da gemacht haben. Wie ein hellblauer Pfeil aus dem tiefgelben Dunkel. In Methylaminopropyl, die Benzodiazozin. Wird mir eine alte Staunen, wenn ich so angetönt aus dem Büro komme. Und dann packe ich sie mir gleich ein in meinen nacken Koffer und dann geht's los nach Tasmanien. Nach Fidschi und Rangoum. How deep is the ocean? How high is the moon? Nur noch genießen. Nie mehr was tun. Was haben wir der Menschheit da geschenkt? Hallo! Ihr Weltgenießer. Ihr Schmalz- und Kannengießer. Schlucht alle mit. Keiner drückt sich. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Klasse, seiner Kasse, seiner Frisur, seiner Hautleiden, seiner Intriganz, seiner Lammoyanz, seines Bungalos, seines Wasserklos wegen bevorzugt oder benachteiligt werden. Hören Sie, bevorzugt oder benachteiligt. Weder noch, gar nichts. Was für Witze. Mit Ponteril wären wir rechte Subsiditätsbolzen. Bolzano. Mechano. Mechamehlkartoffeln. Kilimandscharo. Das kurze, aber glückliche Leben des Francis. Colombo. Und wem verdanken wir das? Brecht 30 Knochen übers Knie, ein Dreifach hoch der Industrie. Denn dieses Knie wird abmontiert, wird abgeführt, wird wurstbeschmiert und strotzt vor Energie. Riesig, das alles beschleunigt. Endlich geht's vorwärts. Wo sind Sie, Herr Kollege? Hier oben, auf dem Schrank. Passen Sie auf, schön gerade halten. Was sehen Sie? Weit, weit, gelb, gelb und alles nach oben offen. Schön. Der Hörsturz trifft den Menschen wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Das war in Bayern 2, als Wiederholung, das letzte große Hörspiel von Walter E. Richards. Spitzensubstanz. Hörspiel des Monats im September 1980. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Hessischen Rundfunk und dem Sender Freies Berlin. Unter der Regie von Walter Adler waren Dr. Hohler und der Chemiker Dr. Stramm, Harald Leibniz und Reinhard Glemmnitz. Dr. Fiebig, der Forschungsmediziner, wurde von Herbert Bötticher gesprochen. Dr. Volkert und Dr. Fied waren Gerd G. Hoffmann und Manfred Seipold. Der Vertriebsleiter Teichmann wurde von Helmut Stange gesprochen. Frau Gresch, medizinisch-technische Assistentin und Frau Ude, die Laporantin, waren Helga Anders und Christiane Hammacher. Frau Hohler war Ilse Neubauer, die Zitate sprach Walter Adler. Ton und Schnitt Heinz Sommerfeld und Renate Leucht. Aufnahmeleitung Hans Eichleiter. Aber so genau wollen wir das doch gar nicht wissen, Herr Dr. Hohler. Nur keine komplizierten Wirkungen, nur keine ausgefallenen Phänomene. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Die anderen kochen auch nur mit Wasser. Fühlen Sie sich wohl bei uns, Dr. Hohler. Bedienen Sie sich. Ihr Auto auf dem Firmenparkplatz wird Ihnen gewaschen, wird zur Werkstatt, zum TÜV gefahren. Telefonfrei, Sozialbeiträge, Versicherungen, Firmenrabatt, viele Gefälligkeiten. Bankgeschäfte, Korrespondenz vom Büro aus erledigt, zugedrückte Augen. Wir Lurteppich, wir sind alle in einem Boot. Nur wenige wissen wirklich, was andere raten. Sie wissen, was ich meine. Wer rechtzeitig weiß, dass die Grippe kommt, sollte Pharmaaktien kaufen. Mahlzeit, Herr Hohler. Mahlzeit. Ja, also, dieser Fleischbieß, undefinierbar. Das war ein Bonnversuchstil. Herr Hohler, geben Sie es zu. Hören Sie doch auf. Sie essen sowieso bald woanders. Ach, haben Sie schon gehört. Übrigens, am Freitagnachmittag gibt es bei mir im Büro einen kleinen Umdruck. Zum Abschied. Sie sind auch eingeladen. Herzlich eingeladen. Aha, der Herr Aufsteiger, Mahlzeit, Herr Hohler. Ich sehe schon, der Flüster-Telegraf, der funktioniert immer noch hier. Immerhin, meine Herren, meine letzte Handlung hier ist wohl auch für Sie von Interesse. Wir haben das 1074 zur Registrierung eingereicht. So? Na, für Sie muss das auch Musik in den Ohren sein. Wissen Sie, nach so vielen Jahren. Na nun, immerhin springt da Geld raus für Sie. Das ist Potential. Wir hoffen doch spätestens in einem Jahr auf dem Markt zu sein. Fronterie, die Brücke zum Wohlbefinden. So, und Slogan haben Sie auch schon. Gratuliere. Ich habe schon nicht mehr dran geglaubt. Wie hoch wird denn das jetzt dosiert? 100 Megagramm in Kapseln. Was? 100 Milligramm? Wir waren doch bei 50. Und das schien ja schon hoch. Tja, that's how it goes. Doch nicht so stark wie vermutet. Die Ärzte haben das verlangt. Rentiert sich das überhaupt noch? Haben Sie nicht damals gesagt, das sei gar nicht so leicht zu machen, Herr Strahm? Ja, das geht jetzt besser. Wir haben einiges verbessert. Das Kilo kostet jetzt 300 Mark. 300 Mark? Hört sich wirklich billig an. 10.000 Kapseln sind da. So sind 300 Mark. In einer Packung sind es 20 Kapseln. Das macht... Moment mal, Herr Antagel. So wird da nicht gerechnet. Erstmal gibt es da den Faktor, mit dem wird erst einmal alles multipliziert. Zurzeit liegt der zwischen 6 und 8. Dann haben Sie den Grosso-Preis. Also 8 mal 300. Was? Wieso denn? Na, hören Sie mal der ganze Overhead. Verwaltung, Management, Vertrieb. Nicht zuletzt die Forschung. Auch Ihr Gehalt. Aber wieso ist das ein Faktor? Wenn ein Wirkstoff teurer ist, dann wird doch deshalb ein Gehalt nicht höher. Das ist doch absurd. Nein, das ist Empirie. Die haben einfach irgendwann mal sämtliche Kosten. Weiche Hautfarbe, Kurzsichtigkeit, Herzerweiterung. oder Staublunge mit den dazugehörigen Krankheiten und bleibenden Deformierungen. So, so, sag ich. Dann denken also alle, dieser Gestank kommt von der Fischfabrik. Clever, clever, sag ich. Nicht schlecht. Was machen Sie mit der ganzen Salzsäure, sag ich? Das müssen doch zig Tonnen Salzsäure sein, die dabei abfallen. Da sagt der, die Salzsäure, no problem. Die schicken wir ohne Schiff den Rhein runter. Das ist gut. Ohne Schiff den Rhein runter. Lieber Mann, wenn uns hier einer hören könnte. Morgen, meine Herren. Morgen, Dr. Volkberg. Alles gute Dinge? Sie entschuldigen die Verspätung. Da kam eine dringende Anfrage aus London. Interesse an unserem Anabolikum. Das macht er doch immer so. Immer zehn Minuten zu spät. Immer gerade von der Front. Also, meine Herren, mal gleich in Medias Res. 10,74. Antidepressivum, die Spitzensubstanz. Bestehen wir damit, Dr. Hohler? Tja, wir haben inzwischen... Na, der Erfolg des Levotriptin ist ja fantastisch. Fragen mich natürlich die Herren vom Markt. Wie steht es denn? Fragen nämlich, wann kommt es denn nun, unser tolles Mittel? Herr Hohler? Wir müssen natürlich sorgfältig prüfen. Inzwischen sind wir so weit, dass die Hauptwirkung abgesichert ist. Und jetzt geht es durch die ganze Palette der Nebenwirkungen. Herzkreislauf, Lohnfunktion, Antikatecholaminwirkung. Na ja, gut, gut, gewiss. Muss ja alles eingehen, wissenschaftlich. Ja, wir machen Ethical Drugs. Aber reden wir mal tachlis, Herr Hohler. Wie stehen wir da? Ist das Zeug stärker als Levotriptin? Die Substanz ist viermal... Meine Marketingleute sagen mir, wir müssen da schon Vorteile zeigen. Sonst setzt man sich nicht durch. Vor einem Jahr hieß es noch stärker als Amotriptin. Eine Substanz wie 1074, die sechsmal stärker ist als Amotriptin, die hätte man mit Kusshand genommen, mit Kusshand. Jetzt heißt es schon Levotriptin. Herr Stram, natürlich müssen wir uns am neuesten Stand ausrichten. Sehen Sie mal, die Herren vom Markt sagen mir immer wieder, stärker, besser, billiger. Solche Argumente brauchen wir für die Werbung. Sonst haben wir keine Chance, die Konkurrenz schläft nicht. Ja, eben, die Konkurrenz schläft nicht. Wir sind keine große Firma, Herr Dr. Volkert. Wir können nicht in einem Jahr nachholen, wozu die anderen fünf gebraucht haben. Ah ja, nun, wenn wir das nicht schaffen, also... Man könnte auch was in Lizenz nehmen. Mit Lizenz? Ja, aber Herr Dr. Volkert, dann sollten Sie Ihre Forschung zu machen. Dann haben Sie Ihr Geld umsonst ausgegeben. Wenn Sie uns das Gebiet fünf Jahre bearbeiten lassen, und dann holen Sie sich am Ende doch eine Lizenz von Arßen... Ja, nur beruhigen Sie sich. Zurzeit denkt daran ja niemand. Forschung gehört zum Image. Im Übrigen, warum die Kontroverse? Die Substanz ist doch ausgezeichnet, oder nicht, Herr Dr. Hohler? Tja, gegen Levotriptin? Unsere Substanz ist stark, sie ist viermal Amotriptin. Das war ja damals der Standard. Entschuldigen Sie, sagten Sie... So ist's recht. Sparen Sie nicht mit Lob, das motiviert Ihre Mitarbeiter. Was, was? Braucht nichts weiter. Herr Schramm? Was denn? Wie weit sind die eigentlich mit dem 1074? Wann kommt das in die Klinik? Ha! Klinik? Keine Rede davon. Das machen die erstmal chronische Tox. Drei Monate Verabreichung an zwei Spezies und dann... Das ist doch schon drei Jahre her. Konkurrenz gibt's keine, da kann man ja trödeln. Ach, wissen Sie, das ist ein leidiges Kapitel. Er wird aber auch richtig liegen. Das heißt doch immer, Tränkeleiser braucht man. Da wird das große Geld verdient. Na ja, also... Das große Geld... Der Bedarf ändert sich wohl. Heute sind die Leute eher deprimiert. Jetzt geht das wieder. Jetzt kann man das wieder verkaufen. Wie testet man das eigentlich? Was? Das ist ein Antidepressivum. Wie testet man das? Ratten. Tetrabenazin-Ptosis. Tetrabenazin? Man spritzt Tetrabenazin, ja. Dann können die ihre Nickhaut nicht mehr oben halten. Die fällt denen dann immer so halb übers Auge. Ja, das kenne ich auch. Und durch ein Antidepressivum wird das aufgehoben. So. Und was hat das mit einer Depression zu tun? Nichts. Irgendeinen Zusammenhang, den wir nicht kennen. Psychische Vorgänge bei Tieren. Messen Sie das mal. Das sieht man doch nicht. Das sieht man ja kaum bei Menschen. Man muss was haben, was messbar ist. Das ist reine Empirie. Hat irgendeiner mal beobachtet, dass das mit der antidepressiven Wirkung zusammengeht? Und das ist dann die Basis für den Test der Menschen? So ist es, Frau Ude, so ist es. Jede spezialisierte Beschäftigung brachte nun eben durch die Spezialisierung ihre typisch berufsbedingten Körperfehler hervor. Schiefe Haltung, überentwickelte Muskeln, bleiche Hautfarbe, Kurzsichtigkeit, Herzerweiterung oder Staublunge mit den dazugehörigen Krankheiten und bleibenden Deformierungen. So, so, sag ich. Dann denken also alle, dieser Gestank kommt von der Fischfabrik. Clever, clever, sag ich. Nicht schlecht. Was machen Sie mit der ganzen Salzsäure, sag ich? Das müssen doch zig Tonnen Salzsäure sein, die dabei abfallen. Da sagt er, die Salzsäure, no problem. Die schicken wir ohne Schiff den Rhein runter. Das ist gut. Ohne Schiff den Rhein runter. Lieber Mann, wenn uns hier einer hören könnte. Morgen, meine Herren. Morgen, Dr. Volker. Alles gute Dinge? Sie entschuldigen die Verspätung, da kam eine dringende Anfrage aus London. Interesse an unserem Anabolikum. Das macht er doch immer so. Immer zehn Minuten zu spät. Immer gerade von der Front. Also, meine Herren, mal gleich im Medias Res 1074. Antidepressivum, die Spitzensubstanz. Wie stehen wir damit, Dr. Hohler? Tja, wir haben inzwischen... Der Erfolg des Levotriptin ist ja fantastisch. Fragen mich natürlich die Herren vom Markt, wie steht Lizenz nehmen. Mit Lizenz? Ja, aber Herr Dr. Volker, dann sollten Sie Ihre Forschung zu machen. Dann haben Sie Ihr Geld umsonst ausgegeben. Wenn Sie uns das Gebiet fünf Jahre bearbeiten lassen, und dann holen Sie sich am Ende doch eine Lizenz von außen... Na, nur beruhigen Sie sich. Zurzeit denkt daran ja niemand. Forschung gehört zum Image. Im Übrigen, warum die Kontroverse? Die Substanz ist doch ausgezeichnet, oder nicht, Herr Dr. Hohler? Tja. Gegen Levotriptin? Unsere Substanz ist stark. Sie ist viermal Amotriptin. Das war ja damals der Standard. Entschuldigen Sie, sagten Sie nicht seinerzeit, sie sei sechsmal stärker als Amotriptin? Sogar siebenmal, wenn ich recht erinnere. An bestimmten Tests war sie so stark, an anderen nicht. Solche Unterschiede sind ja noch in der Fehlerbreite. Also nageln Sie mich nicht fest, ob viermal oder dreimal Amotriptin. Jetzt schon dreimal, also hören Sie mal, das sind doch Unterschiede. Ich meine, ob ich einem Praktiker sagen kann, wir sind siebenmal stärker oder dreimal. Ja, muss ich nun auch sagen, Herr Hohler. Werden wir denn immer schwächer? Sie als Naturwissenschaftler? Ich meine, exakt haben wir es denn nicht mit exakten Zahlen zu tun. Ist sie oder ist sie nicht? Versuche an Tiermaterial sind nie exakt. Das Tiermaterial... Man ist ja auch nicht ein bisschen schwanger, ne? Das Tiermaterial ist ungleich in der Qualität. Oft Infektionen, dann das Wetter. Das Wetter macht sich bemerkbar. Wir haben ja immer noch keinen Aircondition. Verstehe vollkommen, Herr Hohler. Ihr Budget. Allerdings, Herr Dr. Volker, mit diesem Budget... Im Übrigen gibt die Klinik den Ausschlag. Die Kliniker betrachten das ja doch alles nur als Anhaltspunkt. Richtig, Herr Fiebig? Ja, je zwei Dosen an zehn Versuchspersonen, da sehe ich mehr als aus allen Tierversuchen. Also mit anderen Worten... Mit anderen Worten, wir sind wieder mal deutlich schwächer als die anderen. Ich wiederhole noch mal, die Klinik ist entscheidend. Wirkungsqualität, Faktoren wie Verträglichkeit. Halten Sie es für möglich, dass 1074 in der Klinik, also am Menschen, doch noch stärker wirkt als Lebotryptin? Stärker, stärker, das ist nicht unbedingt das Entscheidende. Ich meine, es gibt Fälle bei anderen Wirkstoffen, dass sie am Menschen stärker als am Tier... Gewiss, durchaus, aber es kommt vor. Nicht wahrscheinlich, aber es kommt vor. Also schön, meine Herren, warten wir ab, was Dr. Fiebig am Menschen findet. Geben wir die Hoffnung nicht auf. Es gibt Hinweise, dass das Bild der Wissenschaft als einer schmutzigen Arbeit auch unter jüngeren Schülern verbreitet ist. In einer Befragung von zwölf- bis dreizehnjährigen Kindern, wobei relativ unstrukturierte Diskussionen gewählt wurden und Wortwiederholungen als Anzeiger von Urteilen dienten, ging der am meisten wiederholte Tenor 18% gegen 10% für den nächsthäufigen folgendermaßen. Vielleicht erfinden Sie gute Sachen wie Arzneien oder was anderes, was mir nicht einfällt, aber auch andere Sachen, die nicht sehr gut sind, wie Wasserstoffbomben. Was ist denn, Franz? Was soll sein? Immer dasselbe. Du fahr mit mir nach Bombay und dann kaufst du mir einen riesengroßen, perlenverzierten Reitelefanten. Mit seinem Abituraufsatz über das Thema Das Leben ein Traum hatte Paul Ehrlich seine Lehrer in Verlegenheit gebracht. In ihm reduzierte er Leben und Gehirntätigkeit auf Oxidationsvorgänge und Traum auf Phosphoreszenz des Gehirns. Das deprimiert einen alles. Mag gar keine Zeitung mehr aufschlagen. Früher war ich wenigstens freitagsmittags guter Laune. Jetzt nicht mal das. War Zeit! Die Jungen, die sind jetzt fast alle depressiv. Kann mit der Freizeit gar nichts anfangen. Schon wieder bald Winter, weißt du, Herr Stamm? Alles grau da draußen. Wie die Zeit vergeht. Von meinem Fenster aus sieht man das nicht. Haben Sie auch das Werbematerial gekriegt? Werbematerial? Ja, für Ponteril. Das kam heute bei mir an. Bei mir nicht. Aber wieder beim Schiff hängen geblieben. Manche sei doch die Sekretärin nicht für geeignet, für mich. Ich hab's mitgebracht. Die Zeit stehen gleich. Wie lange ist das her? Acht Jahre, neun Jahre. Was? Dass Sie uns die Substanz gegeben haben. Zum Testen. Neun Jahre, fast genau. Ich erinnere mich, damals stand auch Weihnachten vor der Tür. Inzwischen haben wir Stoffe, die sind zehnmal, zwanzigmal besser. In der Schublade. Na ja, ich weiß. Nicht mal eine Lizenz kann man sie vergeben. Dass eine andere Firma was draus macht. Der Volkert erklärt einem, dann machen die uns unser eigenes Präparat kaputt. Na ja, da ist schon was dran an dem Argument. Hören Sie mal, ist doch völlig verrückt. Wenn das möglich wäre, dann hätten wir das auch selbst entwickeln können. Verrückt ist manches bei uns. Schauen Sie sich doch selber an. Wie oft sagen Sie mir, Sie haben einen Wirkstoff geprüft. Einen handelsüblichen Wirkstoff. Und finden keine Wirkung. Stimmt's nicht? Ja. Stimmt. Trotzdem wird verkauft. Ja, jetzt zeige ich Ihnen mal. Hier. Broschüre Nummer eins. Ja. Prachtvoll. Boah, da stimmt er. Die spitze Substanz. In seiner Zeit, als das zur ersten Prüfung kam, da waren Sie ganz aus dem Häuschen, die Herren Pharmaprodukte. Na, 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 na. Aus dem Häuschen ist nun auch wieder nichts. Nein, das kennen wir schon. Erst die großen Töne, später die Rücksier. Hm, durchaus nicht. Ist immer noch recht ordentlich, Ihre Substanz. Wieso denn immer noch? Ist es schlechter geworden? Substanz? Echter, schlechter. Was heißt denn das? Man muss immer ein paar Abstriche machen. Therapeutische Breite könnte besser sein. Weniger Nebenwirkungen. Aber trotzdem. Immer noch besser als das meiste, was auf dem Magen ist. Hm, schön wär's. Mal was Neues in der Firma. Also wissen Sie, Sie mit Ihrer Miesmacherei... Ach, Herr Straben. Machen wir uns noch nichts vor. Wir erfinden hier kein Penicillin und Leben tun wir trotzdem. Ich merke, das ist ein groß genug. 100 Millionen, 200 Millionen. Da braucht man nur ein Händchen drin zu haben. Oder ein Füßchen. Schon 5% wären ein Traum. Bei Neuburg an der Donau hatte Descartes in der Nacht des 10. November 1619 einen lebhaften Traum, worin er einen Weg sah, Mathematik und Philosophie zu einer neuen Disziplin zu vereinigen. Goodyear arbeitete jahrelang an einem Verfahren, Gummi zu vulkanisieren. Der Erfolg kam, als er von einem Mann träumte, der ihm riet, Schwefel hinzuzusetzen. Nobelpreisträger Chand Georgi antwortete auf die Frage, wo seine Forschungsideen entständen, in meinem Bett. Hier, die Ratel für heute. In jedem Kasten ein oder zwei. Das macht das Klima. Diese Stimme ist anfällig. Gleich wegschmissen. Wie weit sind Sie eigentlich mit Ihren Elektroschmerzfests? Das klappt jetzt gut. Heute kommen die ersten zehn Substanzen dran. Dieser Kurzschluss, den die durch ihren Urin gemacht haben, das passiert jetzt nicht mehr. Soll ich 1074 an der Anordnung auch nochmal prüfen? Na sicher. Ist das eigentlich was Originelles? Ich meine, 1074, ist das ein neuer Stoff? Sicher. Im strengen Sinn ist der neu. Den gab's noch nicht, den Stoff. So wie ist dieser Ratte noch nicht gern. Wie? Wie eine Ratte? Oder besser eine bestimmte Promenadenmischung beim Hund. Natürlich richten die sich danach, was die anderen machen. Das ist das Normale. Man nimmt einen Stoff und modifiziert ein bisschen. Da einen neuen Schwanz, hier ein anderes Fleckenmuster, dann eine neue Ohrform. Achso. Achso, dann weiß man schon vorher, wie das so ungefähr wirkt. So ungefähr, ja. Aber Überraschungen sind immer möglich. Damals wollten wir die reine Wissenschaft, Tage und Nächte im Labor, Forscher, die vollkommen aufgingen in ihrem Gegenstand, Versenkung in einen einzigen Gegenstand. Eine Unordnung des Körpers bis an die Wurzel verfolgen, sondieren, Faser um Faser, im grau-blauen Licht sehr vorher stunden. Exakt. Das Tiermaterial... Man ist ja auch nicht ein bisschen schwanger, ne? Das Tiermaterial ist ungleich in der Qualität. Oft Infektionen, dann das Wetter. Das Wetter macht sich bemerkbar. Wir haben ja immer noch kein Air Condition. Verstehe vollkommen, Herr Hohler. Ihr Budget. Allerdings, Herr Dr. Volker, mit diesem Budget... Im Übrigen gibt die Klinik den Ausschlag. Die Kliniker betrachten das ja doch alles nur als Anhaltspunkt. Richtig, Herr Fiebig? Ja, je zwei Dosen an zehn Versuchspersonen, da sehe ich mehr als aus allen Tierversuchen. Also mit anderen Worten... Mit anderen Worten, wir sind wieder mal deutlich schwächer als die anderen. Ich wiederhole noch mal, die Klinik ist entscheidend. Wirkungsqualität, Faktoren wie Verträglichkeit. Halten Sie es für möglich, dass 1074 in der Klinik, also am Menschen, doch noch stärker wirkt als Lebotryptin? Stärker, stärker, das ist nicht unbedingt das Entscheidende. Naja, ich meine, es gibt es Fälle bei anderen Wirkstoffen, dass sie am Menschen stärker als am Tier... Gewinnst du dich aus, aber es kommt vor. Nicht wahrscheinlich, aber es kommt vor. Also schön, meine Herren, warten wir ab, was Dr. Fiebig am Menschen findet. Geben wir die Hoffnung nicht auf. Es gibt Hinweise, dass das Bild der Wissenschaft als einer schmutzigen Arbeit auch unter jüngeren Schülern verbreitet ist. In einer Befragung von 12- bis 13-jährigen Kindern, wobei relativ unstrukturierte Diskussionen gewählt wurden und Wortwiederholungen als Anzeiger von Urteilen dienten, ging der am meisten wiederholte Tenor 18% gegen 10% für den nächsthäufigen folgendermaßen. Vielleicht erfinden sie gute Sachen wie Arzneien oder was anderes, was mir nicht einfällt, aber auch andere Sachen, die nicht sehr gut sind, wie Wasserstoffbomben. Was ist denn, Franz? Muss so sein, immer dasselbe. Bist du deprimiert? Na, wo? Der Fied hat mich heute Morgen angerufen. Im Namen seines Chefs hat mich zur Sau gemacht. Und wieso? In der Besprechung 1074 habe ich dir doch erzählt. Ich hätte alles positiver darstellen sollen. Da sitzt das Whole Establishment, der Volkert, Fiebig, der Teichmann, der uns sowieso immer gern eins ausmischt. Und sie stellen sich hin und malen schwarz. Warst du wieder pessimistisch? Nun fang du auch noch an. Pessimistisch. Die wollen bloß, dass ich die schlechten Werte weglasse und aus den Guten das Mittel bilde. Das sind doch Ausreißer. Die verfälschen ihnen bloß die Statistik. Das ist doch unmöglich. Das hat doch mit Wissenschaft nichts zu tun. Ärger dich doch nicht. Lass die doch meckern. Zilten, Herr Fied. Zilten. Die Wissenschaft, sagte Descartes, sei wünschenswert, weil sie zur Erfindung einer unendlichen Zahl von Kunstgriffen führe, die uns ohne jede Mühe zum Genuss der Früchte der Erde und aller Annehmlichkeiten auf ihr verhelfen würden. Wenn jemals Mittel gefunden werden, meinte er weiter, um die Menschen weise und klüger zu machen, so müssen sie in der Medizin gesucht werden. Er war überzeugt, dass wir uns von zahllosen Krankheiten des Körpers wie des Geistes und vielleicht auch von der Schwäche des Alters befreien könnten, wüssten wir nur genug über ihre Ursachen und all die Heilmittel, welche die Natur uns bereitstellt. Das ist natürlich auch eine Methode. Immer wenn ein Projekt schief geht, zieht man eine alte Aktennotiz hervor und da steht, dass man schon immer dagegen war. Hat er recht. Dabei erinnere ich nicht ganz genau, wie der noch vor einem Jahr getönt hat, Umsatzprognosen von 30 Millionen. Morgen, mein Herr. Morgen, Herr Volker. Sie entschuldigen meine Verspätung, aber wir haben gerade unser Anorex in Südafrika eingeführt. Da gab es etwas Trouble. Das kann man wohl sagen, ja. So, Sie haben davon gehört? Das lief doch bei mir über den Schreibtisch. Der Negerführer Billen Bele, oder wie der heißt, er verbreitet überall unser Anorex, sei ein Mittel zur Aushungerung der Neger. Absurd, nicht wahr? Mit solcher Kundschaft schlagen wir uns herum. Aber kommen wir zum Thema, Herr Fiebig. 1074, unser Ponteril. Wie ist der Stand der Dinge? 530 Patienten in 30 Krankenhäusern und etwa 1230 in freien Praxen. Außerdem noch eine Feldstudie mit circa 1800 Probanden, die demnächst abgeschlossen wird. Sehr schön, Herr Fiebig. Aber das Resultat, wo liegen die Vorteile unseres Ponteril? Ich meine, es wird höchste Zeit... Vorteile? Keinerlei Vorteile. Ponteril ist nicht besser, in mancher Hinsicht sogar schlechter als die Konkurrenz. Aha. Wie bitte? Doch, Herr Fiebig, Sie haben mir doch vor zwei, drei Monaten gesagt, die Substanz zeige außer der Hauptwirkung noch eine gewisse Dämpfung des zentralen Nervensystems. Es sei eine Doppelwirkung. Die Patienten seien dadurch besser steuerbar und so weiter. Besser steuerbar? Naja, gut, das wird auch beobachtet. Gewiss, aber statistisch, statistisch ist das alles nicht signifikant. Aber, Herr Fiebig, Ihre Wissenschaft in Ehren. Es geht doch darum... Für meinen Begriff dosieren Sie einfach zu hoch. Eben, das meine ich auch. Sechsmal 100 Milligramm pro Tag? Das ist ja bereits im Bereich der Katalepsie, in dem Sie sich da befinden. Katalepsie? Sie meinen bei Ihren Ratten? Na, an Ratten, Katzen und Hunden, jawohl. Sie kennen meine Meinung. Ihre Tierversuche, für die Klinik ist das alles nicht relevant. Das sind Patienten, keine Gesunden. Es sind zum Teil schwere Alkoholiker, die brauchen massive Dosen. Also, meine Herren, das ist ein Streit um des Kaisers Bart. Uns geht's doch jetzt um was anderes. Uns geht's doch nun um eine Marktkonzeption. Wir müssen eine Marktkonzeption erarbeiten. Irgendwelche Vorteile muss es doch geben. Also, kann man sagen, in irgendeiner Hinsicht verträglicher. Oder weniger Kopfschmerzen, sanfterer Wirkungseintritt. Kann schon sein. Was dagegen? Gehen? Liebling, du sollst nicht so viel treten. Oh, verdammte Scheiße! Dann waff ich mich da zusammen. Ist Klaus noch wach? Der ist oben. Bastelt irgendwas. Komplizierter Kram, der alles kam. Schau's dir doch mal an. Ach, was für Zustände. Weißt du, was sie mit Fiebig gemacht haben? Fiebig? Das ist... Das ist Mediziner, ne? Ja. Da hab ich dir doch erzählt, wie der Bockig war vor einiger Zeit bei der Besprechung. Ja, und? Schmeißen sie ihn raus? Na, woher? Da kommst du nicht drauf. Mach's mal nicht so spannend. Hä? Nase abschneiden, oder? Hä? Nichts. Sie machen nichts. Verstehst du? Er kriegt einfach nichts zu tun. Kein neues Arbeitsgebiet. Er sitzt in seinem Büro, Prüfung von Ponteril ist beendet, alles ist übergeben, Abschlussbericht etc. Und dann sitzt er da. Dreht Däumchen. Die bezahlen den und geben ihm keine Arbeit? Ja, so ist es. Das ist komisch, ne? Es passt wie bei mir. Was? Ja, das ist nur so ein Einfall. Also ich fände das so schlimm nicht. Irgendein Hobby hat doch jeder. Kann doch das machen. Ne, 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 ne. So läuft das nicht. Das Gefühl, dass du überflüssig bist. Auf die Dauer gehst du dann kaputt. Inzwischen sind die ohne ihn ganz gut zurechtgekommen. Einer von den Marktmedizinern hat einen flotten Vorteilskatalog aufgestellt. Ponteril gibt Auftrieb ohne Kater. Ponteril, wenn dem Leben die Würze fehlt. Ponteril nimmt das Grau aus dem Leben. Das geht gut, ne? Wie ein Waschmittel. Meine Seele wird grau, wenn ich daran denke. Ja. Natürlich haben wir auch was davon. Wir kriegen Geld für das Patent. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld. Oh, ho, 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 ho. Ah, du. Fahren wir dann... Noch mehr Geld. Oh, ho, 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 ho. Oh, ah, du. Fahren wir dann nach Peru? Oder nach Tasmanien? Oh, du. Fahr mit mir nach Bombay. Und dann kaufst du mir einen riesengroßen, perlenverzierten Reitelefanten. Mit seinem Abituraufsatz über das Thema Das Leben ein Traum hatte Paul Ehrlich seine Lehrer in Verlegenheit gebracht. In ihm reduzierte er Leben und Gehirntätigkeit auf Oxidationsvorgänge und Traum auf Phosphoreszenz des Gehirns. Das deprimiert einen alles. Mag gar keine Zeitung mehr aufschlagen. Früher war ich wenigstens freitagsmittags mit der Laune. Jetzt nicht mal das. Freizeit. Die Jungen. Die sind jetzt fast alle depressiv. Kann mit der Freizeit gar nichts anfangen. Schon wieder mein Winter, weißt du, Herr Stamm? Alles grau da draußen. Wie die Zeit vergeht. Und von meinem Fenster aus. Sieht man das nicht. Haben Sie auch das Werbematerial gekriegt? Werbematerial? Ja, für Fonteril. Das kam heute bei mir an. Bei mir nicht. Na, woher wird er beim Schiff hängen geblieben? Manches hält doch die Sekretärin nicht für geeignet für mich. Ich hab's mitgebracht. Die zeigst du Ihnen gleich. Wie lange ist das her? Acht Jahre. Neun Jahre. Was? Dass Sie uns die Substanz gegeben haben. Zum Testen. Neun Jahre. Fast genau. Ich erinnere mich, damals stand auch Weihnachten vor der Tür. Inzwischen? Da haben wir Stoffe, die sind zehnmal, zwanzigmal besser. In der Schublade. Na ja, ich weiß. Nicht mal eine Lizenz kann man sie vergeben. Dass eine andere Firma was draus macht. Der Volkert erklärt einem, dann machen die uns unser eigenes Präparat kaputt. Na ja, da ist schon was dran an dem Argument. Na hören Sie mal, ist doch völlig verrückt. Wenn das möglich wäre, dann hätten wir das auch selbst entwickeln können. Verrückt ist manches bei uns. Verschauen Sie sich doch selber an. Wie oft sagen Sie mir, Sie haben einen Wirkstoff geprüft. Einen handelsüblichen Wirkstoff. Und finden keine Wirkung. Stimmt's nicht? Ja. Stimmt. Trotzdem wird verkauft. Ja. Jetzt zeige ich Ihnen mal.